so willkommen zurück bei minecraft wir sind jetzt hier im brunnen wo ich den nächsten enderman vermute so Und da geht's wieder raus? Okay. Ach! Jetzt landen wir aber nicht... Doch, wir landen bestimmt da, wo wir den anderen Hebel gesehen haben. Letztendlich. Vernichte das Buffet. Stimme die Party. Stimme die Party. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ach, das war jetzt ne Abkürzung, oder was? Oder ein Umweg, falls man das mit dem Schlüssel nicht hinkriegt, oder was? Weil hier haben wir doch gleich aufgeschlossen, ne? Genau. Hä? Dann verstehe ich den Sinn jetzt nicht von dem Weg durch die Kanalisation. Oder durch den Brunnen. Okay. 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 Okay, gut. Alter Alter Hier kommt man doch irgendwie durch. Mit dem Hebel oder? Oh, yeah. Ich steck fest. Okay. Keine Ahnung, wo das Ganze jetzt hier entführt. Ich bin sehr gespannt. Ach, shit. Ich bin sehr doof. Kleine Entchen. Das ist ja süß. Das ist mit 100 Pro irgendeine Anspielung hier dieser Raum. Würde ich behaupten. Ja. 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 Ich habe gerade in dem Moment auch L1 gedrückt. Scheiße, Mann. Ah, ist das ehrerlich gerade. Ich habe noch ein Leben. Oh nein. Hey. Soll das so eine Art Labor hier darstellen? Oh shit. Oh shit. Okay, das war glaube ich der schnellste Fight gegen so ein Ding. Hey. iri factory darst du mal an voll. Ah, nein. Nein. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. Äh? Ach nee, das war ja die Küche hier. Oder das Lager. Ach nie.. Ah! Ah! So, okay. Und jetzt wieder den Wohnsaal, okay? Und jetzt wieder den Wohnsaal, okay? Die hauen noch ganz schön rein, ey. Und jetzt wieder den Wohnsaal. Oh man. Wie sieht's eigentlich? Ups. Kartentechnisch so aus. Ah, es könnte bald ein Wohnsaal sein. Nein. Äh, hier komm ich wieder hoch. Oh man. Oh man. Ohiuiuiui. Das war mal knapp eben. Ich dachte schon, das wäre das Ende. Oh man. Oh man. So, dann würde ich sagen, gibt es hier nochmal ein Folgenpäuschen. Weil wir ja denk ich mal nicht mehr weit vom Thronsaal entfernt sind. Spitze. Bedanke mich. Bis denne.